Sudans Militärrat sucht zivilen Premier. Der Militärrat im Sudan beginnt mit der Rückgabe der Macht. Die Armee will nur noch den Präsidenten stellen. Der Regierungschef soll ein Zivilist sein. Die Demonstranten bleiben misstrauisch. Sie verlangen Strafen für al-Bashir und seine Schergen. Drei Tage nach dem Sturz des langjährigen Staatschefs Omar al-Bashirs die Debatte um die Gestaltung des politischen Umbruchs in vollem Gange. Die neue Militärführung forderte die politischen Parteien auf, sich auf einen unabhängigen Kandidaten für das Amt des Regierungschefs zu einigen. Anführer der Protestbewegung verlangten die rasche Einsetzung einer Zivilregierung. Die Proteste in der Hauptstadt Khartoum dauerten derweil an. Wir wollen einen zivilen Staat basierend auf Freiheit, Gerechtigkeit und Demokratie aufbauen, sagte Generalleutnant Yasser Al-Ata, Mitglied des regierenden Militärrats, bei dem Treffen mit mehreren Parteien in der Hauptstadt Khartoum. Die Parteien sollten sich auf eine unabhängige Persönlichkeit und eine zivile Regierung einigen. Der Ministerpräsident solle ein von allen Parteien ausgesuchter Experte sein. Der Präsident hingegen solle aus den Reihen der Streitkräfte kommen, erklärte Al-Ata. Die Partei des abgesetzten Langzeitpräsidenten al-Bashir darf sich nach dem Willen der Streitkräfte allerdings nicht an der geplanten Übergangsregierung im Sudan beteiligen. Die Nationale Kongresspartei könne sich aber bei den nächsten Wahlen erneut bewerben, erklärte der Sprecher des Militärischen Übergangsrats. Das Außenministerium in Khartoum rief die Weltgemeinschaft auf, sich hinter den Militärrat zu stellen, um das Ziel eines demokratischen Übergangs zu erreichen. Saudi-Arabien und die Vereinigten Arabischen Emirate sagten der neuen Führung ihre Unterstützung zu, und stellten humanitäre Hilfe in Aussicht. Die EU hatte zuvor die rasche Übergabe der Macht an eine zivile Regierung verlangt. Der seit drei Jahrzehnten autoritär herrschende Staatschef Al-Bashir war am Donnerstag nach monatlangen Massenprotesten vom Militär gestürzt worden. Für eine Übergangszeit von zwei Jahren wurde ein Militärrat eingesetzt. Geheimdienst soll entmachtet und reformiert werden. Vertreter der Protestbewegung legten der Militärführung ihre Reformforderungen vor. Die zehnköpfige Delegation verlangte die rasche Einsetzung einer zivilen Regierung, und eine Reform des mächtigen Geheim- und Sicherheitsdienstes, NIS, erklärte die Oppositionelle Allianz für Frieden und Wandel, welche die Massenproteste koordiniert. Tausende Demonstranten, die seit dem 6. April vor dem Armeehauptquartier in Khartoum ausharren, hielten den Druck auf Recht, und setzten ihren Protest vor dem Militärkomplex fort. Wir werden unsere Sitzblockade fortführen, bis alle unsere Forderungen erfüllt werden, sagte einer der Protestanführer, Omar Al-Digaia. Der Chef des neuen Militärrats, General Abdel Fattah Al-Buran, hatte in seiner ersten Fernsehansprache am Samstag einen tiefgreifenden Wandel in Aussicht gestellt. Er werde die Korruption bekämpfen, und das Regime und seine Symbole mit der Wurzel entfernen. Der General ordnete die Aufhebung der nächtlichen Ausgangssperre, und die Freilassung inhaftierter Demonstranten.